hallo ja ich hatte euch ja mein bullet journal gezeigt was ich angefangen habe das war ja einfach nur so ein schulheft sage ich jetzt mal und ich habe da ein bisschen drin weiter gearbeitet und ich zeige euch jetzt mal wie sich das ganze verändert hat da hat sich nämlich jetzt einiges getan und zwar habe ich erst mal das hässliche cover ersetzt durch das papier vom action dieses aquarellpapier und das habe ich einfach besprüht mit meinen blindys ja und dann habe ich mir hier in harry potter schrift mit photoshop hier ein bisschen was zusammen gebastelt also hier einmal so dieses zeichen hier von denen sagt doch schnell heiligtümern des todes weil ich das total gerne mag ich mag auch sehr sehr gerne harry potter das wissen vielleicht viele von euch noch nicht und ja hab halt diese schriftart von harry potter gewählt und hab dann hier vorne halt wie gesagt das soll ja nur für youtube sein und habe dann eben hier youtube always gemacht und ja das war die seite die wir zusammengestaltet haben auch hier die seite habe ich auch verschwinden lassen das habe ich genauso gemacht wie mit der hier und ja wie gesagt das hier kennt ihr schon das haben wir ja zusammen gemacht und dann habe ich ein bisschen weiter gebastelt bzw ich habe tatsächlich das ganze heft eigentlich schon voll gemacht aber es ist eben alles noch nicht entdekoriert wie diese seite hier und zwar habe ich hier einmal ein inhaltsverzeichnis und hier habe ich mir einmal aufgeschrieben was so in meinem büchlein hier alles so drin ist und zwar habe ich hier einmal die legende dann habe ich mir ziele reingenommen den kalender zu dem kalender wenn ich es euch zeige da ist mir leider ein kleiner fehler unterlaufen und das erkläre ich dann aber dann habe ich mir eine alohomora liste gemacht die habe ich so genannt weil ich einfach das wort alohomora schön finde der harry potter kennt der weiß ja dass das der zauber spruch ist um türen zu öffnen und ja ja das hat jetzt nicht wirklich was mit türen zu öffnen zu tun das wären ja eigentlich eher die ziele aber ja ich fand es trotzdem ganz witzig deswegen habe ich mir das noch mit aufgenommen und was genau das ist seht ihr dann dann habe ich mir ein habit tracker mit rein gemacht und was das ist sage ich euch dann auch noch so in der legende habe ich mir theoretisch jetzt einmal so ein bisschen aufgeführt wie ich in diesem buch quasi arbeiten möchte und zwar wenn ich eine aufgabe oder irgendeine sache habe die ich halt gerne machen möchte dann wird hier einfach nur ein kästchen sein und dahinter wird dann eben nicht aufgabe sondern eben das dementsprechende stehen was ich eben machen möchte und wenn ich das ganze angefangen habe dann mache ich hier so ein strich in dieses kästchen damit ich weiß dass ich es begonnen habe und wenn ich es dann erledigt habe also wenn ich es zu ende gearbeitet habe dann werde ich es hier so abkreuzen und damit ist es dann erledigt ja und wenn ich spezielle wichtige termine habt die werde ich mir mit einem punkt kennzeichnen und so habe ich so einen kleinen überblick was ich eben wie kennzeichnen so hier unten habe ich ein kleines feld für meine ziele mir rein gemacht es soll ja eben wie gesagt nur für youtube sein und ja ich denke mal so eine kleine liste reicht dahin für ein jahr ja und dann geht es theoretisch schon los mit meinem monat januar und ihr seht ich habe hier auch schon so ein bisschen dekoriert ich habe hier schon so ein bisschen feuerwerk reingemacht ich fand das passte ganz gut zu silvester und dann konnte ich meinen neuen stempel den ich von china bekommen habe aus testen und so regenbogen technisch habe ich das bekommen mit habt ihr wahrscheinlich schon gesehen in einem hall und zwar von stampin up gibt es hier diese stempel kissen wo man quasi so regenbogen farben erstellen kann indem man einfach verschiedene kissen hat man hier und da kann man eben verschiedene farben machen und wenn man möchte dass die farben wie jetzt hier nicht zwischendrin eine lücke haben sondern schön eng beieinander sind dann kann man das ganze hier so zusammen schieben und dann hat man eben hier überall unterschiedliche farben und hat die aber eng zusammen aber man könnte sie auch theoretisch so auseinander lassen und dann hat man eben immer einen zwischenraum zwischen den farben je nachdem was man machen will ist das halt echt eine coole sache also ich mag dieses kissen sehr ja gut das dazu so mit dem kalender ich habe vergessen am anfang mir darüber gedanken zu machen dass dieses buch ja doch relativ klein ist und nicht so viele seiten hat und ich hatte am am anfang gedacht ach ich mache mir das so dass ich halt viel platz für den jeweiligen monat habe und mache mir halt eine seite wo ich dann den monat eben hinschreibe einmal diesen diese monatsübersicht also welcher tag welcher wochentag an welchem datum eben ist einmal wichtige termine dann eine to do liste für den entsprechenden monat mit eben diesen besagten kästchen wo dann hinten die aufgaben reingeschrieben werden und dann kann ich neben entweder begonnen oder dann halt erledigt abkreuzen dann wollte ich immer einen platz haben wo ich ein paar ideen oder irgendwas sammeln kann das hier habe ich aus platzmangel hier mit untergebracht ihr seht ja 2018 youtube abos eigentlich ist das gehört das mit zu den zielen und ich bin auch schon überlegen ob ich das überklebe und hatte mir etwas gebastelt und zwar so ein teilchen hier dafür will ich noch mal eine seite zurück und das wollte ich mir hier so reinkleben also es hat hier unten eine klebe lasche und das wollte ich mich so reinkleben und wenn ich das auf klappt dann habe ich hier jetzt meine hätte ich dann hier meine abos also könnte dann halt immer wenn ich jetzt zum beispiel die 425 geschafft habe dann könnte ich mir das kästchen hier unten was so weiß gelassen ist könnte ich mir dann mit einer farbe ausmalen und ja umso mehr ich erreicht habe umso bunter würde das eben werden und man hat eben es auch ein bisschen versteckt dadurch dass es halt so eine klappfunktion ist könnte ich dann halt das ein bisschen versteckt halten wenn ich das wollte und ja das würde nicht gleich jeder auf dem ersten blick sehen ja ich bin mir da aber noch nicht ganz sicher weil wie gesagt dann müsste ich das hier ja überkleben und eigentlich finde ich das gar nicht so hässlich muss ich sagen auch wenn das jetzt nur schwarz weiß ist und hier ist es schön bunt das gefällt mir auch sehr gut aber vielleicht übernehme ich das woanders deswegen habe ich noch nicht reingeklebt weil ich finde es auch nicht so schlimm wenn das hier jetzt im januar mit untergebracht ist ja wie gesagt ich hatte am anfang vergessen die seiten zu zählen ob ich genügend habe ich bin einfach davon ausgegangen ich habe genug und gut ist und fange halt an zu basteln und habe dann für den januar mir das so gemacht und habe mir mit washi tape für jeden wochentag eine zeile gemacht und dann noch eine für notizen ja und mit dem februar habe ich dann weitergemacht und auch den habe ich mir schon ein bisschen dekoriert und habe das theoretisch genau gemacht wie im januar und auch hier habe ich es gemacht wie im januar und habe dann festgestellt nö tut es nicht und dann musste ich leider anders weitermachen und für die kommenden monate habe ich dann nicht so viel platz und zwar habe ich mir das hier so gemacht und jetzt seht ihr hier habe ich noch nicht gestaltet farblich das möchte ich dann nach und nach machen ja und jetzt habe ich halt diese übersicht habe ich immer behalten weil ich das eigentlich praktisch finde für jeden monat immer zu wissen wann fängt der monat eigentlich an an welchem tag und ja wie weit dass man das vielleicht auch abstreichen kann oder so das finde ich immer ganz praktisch das wollte ich auf jeden fall für jeden monat beibehalten wichtige termine dafür habe ich jetzt nur noch so eine ganz schmale spalte sowie auch für die to-do-lust ist bei entschuldigung ich musste mal ganz kurz mein hund war gerade mit dem kopf in meiner weihnachtsgeschenktüte das ist ganz witzig weil wenn ihr das video hier seht dann haben wir schon zwischen weihnachten und neujahr und eigentlich haben wir aber heute erst den 22 dezember also ich habe erst den 22 dezember genau ja und wie gesagt hier unten habe ich jetzt eine kleine liste von den to-dos und hier bin ich einmal verrutscht bei den strichen also ich habe erst hier die striche gemacht auf der seite und dann wollte ich es hier machen habe ich gesehen oh mist ich bin hier irgendwie verrutscht ja da habe ich die abstände irgendwie einmal falsch gemessen also ich hatte halt den strich gemacht habe ich statt einer reihe habe ich als zwei reihen genommen und so bin ich dann so verrutscht passiert nicht so schlimm sieht ja auch ganz lustig aus und dann habe ich halt im märz nur weniger platz für to-dos und die wochentage wollte ich trotzdem beibehalten dass ich eben für jeden tag eine spalte zumindestens habe samstag und sonntag möchte ich sowieso nicht ganz so viel machen deswegen finde ich gar nicht so schlimm dass die nicht so groß sind und für notizen habe ich hier habe ich einmal oben gemacht und das hat mir dann nicht so gut gefallen und ihr seht gleich auf der nächsten seite da habe ich dann nach unten verlegt ja und wie gesagt das muss ich halt farblich noch gestalten und das würde ich dann so nach und nach mit euch auch zusammen machen wenn ihr mögt also ihr dürft mir gerne unten in die kommentare schreiben ob ihr lust darauf habt davon mehr zu sehen und einmal wie ich das noch so ein bisschen gestalte und wie auch so ein bisschen vielleicht die fortschritte sind was so meine ziele vielleicht waren was ich mir so ein bisschen gesteckt habe und was ich davon vielleicht auch schon erreicht habe und so weiter wobei dass ihr eigentlich auf dem kanal auch seht ich habe das ja nicht geheim gehalten wie viele abonnenten ich habe zum beispiel genau so und ja jetzt geht es theoretisch ganz genau so immer weiter nur dass hier wie gesagt einmal die notes nach unten gerückt sind weil ich das einfach schöner finde wenn ja so ein paar notizen einfach nur unten stehen und hier habe ich es dann richtig gemacht mit den kästchen und wie gesagt die sind alle noch und dekoriert ja und hier seht ihr die habe ich alle aufgestempelten das sind halt immer einzelne zahlen und ja ich hatte jetzt nur als hohes teil hier dieses lange und manchmal bin ich dann mit der farbe da irgendwo dran dann bin ich hier irgendwo dran gekommen aber das finde ich alles nicht so schlimm weil ich finde das muss auch gar nicht so perfekt sein also auch wenn es natürlich schön aussieht wenn alles so ganz perfekt ist aber guckt mal meine handschrift ist auch nicht so schön und deswegen ich finde es nicht wild wenn es nicht so perfekt ist ja wie gesagt jetzt ist es bis zum dezember eigentlich noch langweilig weil alles noch leer und und dekoriert ist an manchen monaten da war es so dass die fünf rei nicht gerecht haben da braucht ich sechs wie zum beispiel hier im september da geht es eine reihe weiter runter weil wir hier am sonntag erst anfangen und ja ansonsten wie gesagt ist es total unspektakulär hier ist es auch noch mal im dezember so quasi sechs wochen sind ja und nach dem dezember habt ihr ja schon vorne in meinem in meinem inhalt gesehen dass dann die alu mora liste kommt ja was ist das denn eigentlich meine liste ja ganz einfach ich habe mir hier eine liste angelegt einmal mit den dingen die ich brauche also sprich wenn jetzt zum beispiel meine kamera kaputt gehen würde und ich bräuchte eine neue kamera alle dinge die für mich wichtig sind um überhaupt youtube videos machen zu können wie zum beispiel licht oder bestimmte materialien vielleicht auch wenn ihr euch zum beispiel ein video wünscht was ihr gerne mal sehen wollt und wo ich sage ja da wäre ich jetzt selber vielleicht nicht drauf gekommen und das ist jetzt ein ein material was ich dafür brauche um dieses video machen zu können war aber nicht mein persönlicher wunsch da kommt es in diese liste und wenn ich es mir einfach wünsche zum beispiel keine ahnung irgendwelche materialien die ich total schön finde die ich nicht unbedingt brauche ich aber ganz gerne hätte die werde ich mir hier auflisten auf dieser seite ja und hier drüben seht ihr schon den habit tracker und natürlich geht diese rechnung hier nicht auf also das sind keine 24 stunden insgesamt und ich habe ja gesagt dieses heft soll rein um youtube gehen und um youtube machen zu können brauche ich acht stunden schlaf also ich sollte ausgeschlafen sein wobei ich ehrlich gesagt nur sechs stunden schlaf brauchen das reicht mir völlig also fünf bis sechs stunden dann bin ich eigentlich ausgeschlafen wobei acht stunden natürlich gesundheitstechnisch eigentlich besser sind und also dieses falls ihr so ein tracker noch nicht gesehen habt und nicht wisst wie es funktioniert das ist jetzt so aufgebaut ich habe jetzt hier 31 tage sozusagen genommen und habe mir hier vier spalten eingerichtet wo ich dann eben sachen reingeschrieben habe die ich ebenso schaffen möchte und ich möchte hier einfach mal über einen monat hinweg reflektieren ob ich es gut schaffe ob ich damit jetzt gleich im januar anfangen oder nicht das kann ich euch noch nicht genau sagen mal schauen auf jeden fall möchte ich einen monat lang mal reflektieren wie ich es gut hinbekommen und da werde ich mir einen monat aussuchen der auch wirklich 31 tage hat ich hätte jetzt auch hier die erste weglassen können dann wären es nur 30 tage gewesen aber ich fand das mit den 31 eigentlich ganz gut ja und dann habe ich mir vorgenommen nur vier stunden am tag mit youtube zu verbringen was bedeutet videos aufnehmen videos schneiden und naja das hochladen passiert ja von allein und das rendern beim rendern sitze ich aber trotzdem manchmal dann noch dabei und mache noch andere sachen für youtube um die zeit zu überbrücken wenn ich weiß ach das dauert jetzt nur eine stunde kommt dann mache ich jetzt nebenbei noch irgendwas anderes oder nehmen noch ein anderes video auf oder so und ja in der zeit rendert es halt und wenn es dann für youtube tatsächlich hochlädt und ich dann alles beschriftet habe die überschrift gemacht habe ich muss ein trump mail erstellen was ich dafür habe ich ja immer so ein grundgerüst dafür nehme ich immer photoshop und erstelle halt damit dann mein trump mail das hat halt einfach so ein wiedererkennungswerten da sind halt so ein paar sachen die mir halt für youtube eigentlich einfach wichtig sind und ja diese sachen das gehört hat alles mit zur arbeitszeit sage ich jetzt mal und da habe ich mir vorgenommen weniger zeit eigentlich zu investieren also ich rede jetzt nicht von zeit wo ich hier mein zimmer verbringen und basteln oder sachen für youtube vorbereitet das jetzt nicht aber eben das reine arbeiten für die videos also sprich film schneiden rendern alles in youtube hochladen alles ausfüllen und mein trump mail machen dafür möchte ich am tag nicht mehr als vier stunden verbringen wobei ich denke dass ich das auf sechs hochstocken werde weil vier stunden ist doch sehr wenig da werde ich nicht mit zurecht kommen also das wird mir nicht ausreichen ich fand es aber witzig weil ich es hier immer so gemacht habe 8 4 2 und 1 also immer die hälfte genommen habe und das fand ich so ganz lustig aber wie gesagt ich werde es wahrscheinlich auf sechs stunden aufstocken weil vier einfach zu wenig sind sodann zwei stunden hoch ja auch das gehört dazu um meine youtube videos machen zu können muss auch ringsherum alles ein bisschen passen das heißt mein zimmer hier muss einigermaßen in ordnung sein jeder bastler kennt das ihr seht hier jetzt nur diesen ausschnitt wenn ich jetzt die kamera einmal das ganze bild zeigen würde was die ganze kamera zeigt wie allein dieser schreibtisch hier aussieht was hier so auf dieser seite da alles noch neben mir rum fliegt ja da verändere ich das bild damit eben dieses chaos so ein bisschen verschwindet das machen wahrscheinlich viele youtuber einfach auch aus platzmangel und jeder kennt glaube ich der viel bastelt die bastelzimmer platzen aus allen lieben du kannst noch so viele regale schubladen kartons und was auch immer haben man hat einfach viel zu viele sachen und umso mehr man hat umso schwieriger ist es ordnung zu halten und genau darum geht es in diesen zwei stunden dass ich eben hier zwei stunden am tag natürlich nicht jeden tag zwei stunden damit verbringen wir hier zu sortieren und aufzuräumen aber zwei stunden am tag wenigstens damit verbringen so ein bisschen wenigstens grund drin zu behalten und eben auch mal auszusortieren und mir auch ideen zu machen oft hat man es ja auch so man nimmt sich eine kiste sortiert aus und während man sortiert bekommt man ideen was man als nächstes für ein video machen wird zum beispiel ne also das spielt so ein bisschen ineinander hier und da habe ich mir so gedacht da werde ich mir ein bisschen bewusst mehr zeit für nehmen also darum geht es hier eigentlich in diesem trecker dass man sich einfach bewusst mehr zeit nimmt und eben auch mal so eine übersicht bekommt ob man das eigentlich einhält oder nicht so und deswegen auch für einen monat weil ich möchte halt einfach wissen funktioniert das system für mich oder funktioniert es nicht so und eine stunde möchte ich am tag einfach für mich verbringen wo ich nur dinge machen die mir spaß machen die mich ja mich zufrieden stellen sage ich jetzt mal also und wenn es nur in die badewanne gehen ist oder ein buch lesen oder ein hörbuch hören oder egal egal was auch immer ich möchte und wenn es basteln ist und wenn wir an dem tag gerade total spaß macht ein video zu drehen dann drehe ich halt ein video versteht ihr was ich meine einfach etwas für mich tun was mir an diesem tag gerade gut tut so und dann habe ich mir ein system ausgedacht mit meinen drei lieblingsfarben und ja komischerweise habe ich die farbe nicht als sehr gut genommen weil das ja eigentlich meine lieblingsfarbe ist da habe ich das helle rosa genommen weil oder pink weil weil ich es nicht schön fand wenn rosa und lila direkt hintereinander sind also ich wollte das irgendwie dazwischen haben egal ja und dann habe ich auf jeden fall rosa oder pink sehr gut mein petrol als mittel und nicht so gut habe ich lila genommen und da werde ich dann immer das kästchen halt ausmalen wie habe ich das an dem tag geschafft also war das richtig gut war das perfekt vielleicht sogar noch mehr zeit als hier jetzt aufgeführt ist oder war das so naja ich habe vielleicht nur fünf stunden geschlafen oder ich habe vielleicht nur eine stunde irgendwas für youtube gemacht weil ich andere sachen zu tun hatte es kann ja kommt ja auch manchmal vorne und genauso möchte ich das halt hier dann eben ausfüllen und ich nehme stark an dass dieses home sehr oft ein lila bekommen wird dass mir das nicht so gut gelungen sein wird weil einfach es viel zeit ist zwei stunden am tag damit zu verbringen aufzuräumen also in einem raum sage ich jetzt mal aufzusortieren oder ja aufzuräumen wenn man das jeden tag macht so riesig ist das zimmer oder sind die zwei zimmer ihr habt sehr gesehen vielleicht in meinem video wo ich meine wundtour gemacht habe so riesig sind die zimmer jetzt auch nicht dass man da ja wirklich jeden tag zwei stunden mit verbringt deswegen gehe ich davon aus dass ich hier ziemlich oft das lila haben werde hier werde ich wahrscheinlich sehr oft petrol haben weil wie gesagt mir reichen eigentlich sechs stunden und ihr hört ja meinen hund mal wieder im hintergrund ja der lässt mich ja auch morgens nicht so lange schlafen also sprich werde ich wahrscheinlich hier meistens mittel also sechs stunden ja letzte nacht waren es ehrlich gesagt nur vier oder so es war dann doch noch ein bisschen mehr ich habe dann noch mal geschlafen nachdem ich meinen hund rausgelassen und gefüttert hatte ja ich konnte irgendwie überhaupt nicht schlafen und ehrlich gesagt saß ich ich habe gestern das erste video aufgenommen zu diesem büchlein wo ich mit euch diese seite hier gestaltet habe und ich habe bis morgens um vier uhr an diesen sachen hier gesessen um diese teile hier zu machen diese ganzen seiten und diesen tracker und das um dieses gerüst einfach zu machen da habe ich bis morgens um vier dran gesessen und ja genau und heute morgen oder beziehungsweise heute dann im laufe des teils habe ich dann eben dieses cover hier noch mal gemacht und diese letzte seite hier die ich dann genauso gemacht habe wie die erste ja genau und das ist jetzt theoretisch mein bullet journal für youtube und ja ich freue mich da total drauf obwohl ich überhaupt nicht der typ für sowas bin ehrlich gesagt also ich bin eigentlich überhaupt nicht jemand deren kalender oder so benutzt also wie gesagt ich habe es ja schon in dem anderen video gemacht wo ich das hier vorgestellt habe ich habe mein handy da trage ich mir alle meine termine und alle wichtigen sachen alt und ich gucke eigentlich ich habe oft kalender gehabt auch für die arbeit gerade wo ich noch für thermomix sehr gearbeitet habe also wo ich gerade am anfang war und da wirklich viel für gemacht habe da habe ich ja auch schon meinen kalender benutzt weil ich hatte extra einen von vorweg wir haben immer einen bekommen das war auch ein sehr schöner kalender und mit dem habe ich schon gearbeitet aber nicht so intensiv wie ich es vielleicht gekonnt hätte und deswegen hoffe ich weil ich das ganze ja hier in wirklich mühseliger arbeit also wenn wir hier die ganzen zahlen immer wieder aufstempelt dann und das sind ja wie gesagt immer einzelne zahlen also die 1 1 sind die 0 1 sind dass ich habe jetzt nicht ein stempel der von 1 bis 31 geht sondern das sind alles einzelne zahlen und dann habe ich halt immer gesessen erst die 1 dann bei der 10 die ganzen einzelnen gesetzt und auch bei der 11 bei der 21 wenn eine 31 da war dann eben auch bei der 31 und so weiter und dann habe ich das mit der 2 gemacht weil die 2 gibt es ja dann auch des öfteren und bei der 3 auch noch und ab der 4 ging es dann schneller weil dann hat man nur noch drei gehabt wo man stempeln musste und ja das war ganz lustig und das hat sehr viel zeit gekostet aber es hat mir trotzdem sehr viel spaß gemacht genau ja und ich bin auch wirklich muss ich sagen bis jetzt ziemlich zufrieden mit meinem büchlein und ja freue mich wirklich drauf das auch zu führen und das liegt wahrscheinlich jetzt einfach auch daran dass man da viel arbeit rein gesteckt hat und deswegen hat man da wahrscheinlich auch einfach freude dran ja und weil ich so viel freude daran hatte habe ich mir direkt bei amazon gestern abend noch dieses hier bestellt und zwar ist das auch ein bullet journal und hier hat man einmal vorne in englisch ein paar ideen und hier hat man auch ein paar ideen zu banner und doodles die man noch mit unterbringen kann und dann sieht jede seite aus wie diese beiden seiten hier dass man hier einfach solche pünktchen hat ja und mit den punkten kann man super gut hat man halt so eine orientierung dass man halt gerade striche und so hinbekommt wobei ich das schon nicht gut kann hier solche punkte miteinander verbinden also alles was mit malen und zeichnen zu tun hat ist einfach nicht meins aber dafür habe ich dann mein genial und mein geodreieck und dann passt das schon und ja für kreisrunde sachen dann nehme ich dann eben zirkel und dann ist auch gut ja und dieses hier möchte ich gerne für mich privat nutzen und das hat auch sehr sehr viel mehr seiten und natürlich wird das hier auch eine spalte youtube bekommen aber eben nicht so intensiv weil ich ja ein extra journal nur für youtube habe dann brauche ich ja nicht unbedingt noch mal hier so viel youtube unterzubringen sondern das wird eher ein privates und ja wenn ihr lust habt dann dürft ihr mich auch hier gerne mit der gestaltung begleiten ich nehme euch damit ist kein problem und ich zeige euch auch gerne mal so ein rückblick was ich so gemacht habe und das wäre für mich auch noch mal so ein anspruch auch so ein bisschen dran zu bleiben an der geschichte und dann werde ich mal probieren ein jahr lang mit hilfe solcher journals bewusster zu leben ich glaube dass das wirklich hilfreich sein kann wenn man es wirklich benutzt okay ihr lieben und ihr hört im hintergrund und deswegen habe ich übrigens das auch nicht ganz verworfen weil ich finde das wenn ich eine seite für youtube mache und das hier als zusätzliche ziele hier noch mal rein machen hier seht ihr hier gehe ich nicht bis 600 sondern bis 800 finde ich dass das noch mal eine schöne sache ist wenn das einfach nur ein oder zwei seiten sind finde ich das super dass dann hier in mein privates noch mit hinein zu bringen deswegen habe ich auch nicht weg geworfen genau und die zahlen hier die hatte ich mir ja auch aufgehoben von unserer gemeinsam gestalteten seite hier ja und ich denke mir ich werde das so ähnlich dann hier auch noch mal machen dass ich auch hier hier dann noch mal etwas machen werde weil ich glaube also es fühlt sich hier sehr schön samtig an und eigentlich ist das auch ganz schön von den farben her ich mag aber blumen nicht so deswegen bin ich noch am überlegen ob ich das wie hier mache und ein papier aufklebe und mir selber ein cover quasi gestalte und dann eben dafür wieder die zahlen benutzt weil ehrlich gesagt also diese beiden seiten hier die sind echt verschwendet und wohner vielleicht mache ich es auch hier dass ich hier was drüber klebe und weil guck mal ich muss jetzt jedes mal die beiden seiten erst mal umblättern um wirklich in meinem journal anzukommen das finde ich ein bisschen ungünstig also es wäre schön gewesen die sachen entweder nach ganz hinten zu packen oder einfach weg zu lassen also ist immer schön so ein bisschen so ideen zu haben was man machen kann ja aber braucht man es wirklich ich glaube nicht also es gibt mittlerweile so viele sachen dazu im internet bei youtube zum beispiel also ich habe mir ganz viele ideen und anregungen bei anderen youtuber geholt die ich hier auch übernehmen möchte und ich finde auch diese idee mit dem harry potter style gar nicht so schlecht da ich aber nicht zeichnen kann bin ich halt immer darauf angewiesen mir dann sachen aus dem internet zu suchen die ich dann eben selber abzeichnen oder ja und dann übertragen oder halt irgendwie anders ja mir dann halt lizenzfreie bilder zu besorgen oder so da muss ich halt mal gucken das weiß ich noch nicht genau ich habe auch schon überlegt ob ich die beiden seiten hier einfach zusammenkleben dann brauche ich wenigstens nur eine seite umblättern bis ich mein heft angekommen bin oder ich könnte die beiden zusammenkleben und das hier noch dran kleben weil ich glaube nicht dass ich hier reinschreiben werde wegen das buch gehört das buch benutze ich hier für mich zu hause vielleicht nehme ich das auch mal mit wenn ich irgendwo hinfahre aber ich glaube nicht dass ich das ja dass ich das unbedingt so ausfüllen muss also ich glaube mir würde es so reichen wenn ich hier vielleicht eine ganz leere seite komplett leere hätte und dann halt hier los geht oder ich weiß noch nicht genau wie ich es mache aber auf jeden fall werde ich jetzt die tage damit starten und ja hier habe ich ein bisschen mehr seiten also da muss ich aufpassen dass ich mir dann wirklich ein zeitlimit setze weil es ist wirklich so wenn man erstmal anfängt sowas zu gestalten man kann nicht mehr aufhören das war echt krass das hat mir gestern keine ruhe gelassen bis ich zumindest mit diesem gerüst hier noch fertig war also ich habe dann heute natürlich noch ein paar sachen noch zusätzlich gemacht aber ja es hat mir keine ruhe gelassen ich musste unbedingt den größten teil schon mal fertig haben ganz witzig wenn man eigentlich nicht so ein typ ist finde ich das total lustig na gut okay ihr lieben genug gequasselt ich hoffe euch hat der hund nicht zu gestört das gehört leider bei mir immer ein bisschen dazu dass der rum quark der liebt nun mal hier und das kann ich halt einfach nicht ändern okay ihr süßen dann sag ich erstmal tschüss und ich hoffe ihr schreibt mir fleißig unten in die kommentare ob ihr bock auf sowas habt oder nicht okidoki dann bis zum nächsten mal und dann bis zum nächsten mal